Die unabhängige Prüfungskommission der SP Schweiz lässt alle sechs SP-Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Alain Berset zur Nomination zu. Nach eingehender Prüfung der Kandidatoren sei die unabhängige Prüfungskommission zum Schluss gekommen, alle sechs SP-Kandidierenden für die Bundesratswahlnomination zuzulassen. Dies teilt die SP Schweiz am Samstag mit. Ab kommendem Montag werden sich also nun Matthias Ahebischer, Efi Allemann, Bietjans, Daniel Josic, Roger Nordmann und John Polt an vier öffentlichen Hearings den Parteimitgliedern und der Bevölkerung präsentieren. Diese Hearings finden in Genf, Biel, Olten und Schaffhausen statt. Am 25. November erfolgt dann die Nomination durch die SP-Bundeshausfraktion. Die Wahl für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset ist am 13. Dezember.